Grüß dich. Ja, ja. Richtig, richtig. Ich bin's. Ich bin's, der Knöll, ja. Wollte nur Bescheid sagen, wenn das so weitergeht. Nächste Woche 1000 Abos. Hast du da das Beste mit den Glasen? Hast du die noch da? Und drei Zebras, ja, selbstverständlich. Alles klar. Schiss. Keine Nachts. Business. Ach, da seid ihr ja längst. Mensch, lasst euch grüßen. Ich heiße euch recht herzlich willkommen an die Nehmes Bergfest an euch. Das Mördervideo. Letzte Woche angekündigt, der Egon hat ein bisschen reingeschissen. Gar kein Problem. Stopp, Abbruch, Bereitschaft, kein Video, Schluss. Ja, aber mein Schaft ist doch noch gar nicht bereit. Ja, ich hab mir das auch nicht ausgesucht. Gib die Kamera jetzt her. Ey, Digga, lass doch ja die Kamera jetzt stehen. Was soll denn damit? Such a lonely week. Bereitschaft. So, herzlich willkommen. Da sind wir auch schon. Es regnet. Ich hoffe, man kann's nicht erkennen. Ihr müsstet das sehen. Ich hab an dem Kamerastativ mit einem alten Bund, einer ausgeladenen Boxer, irgendwie einen Regenschirm rangemacht. Aber das ist nicht schlimm, denn dafür reicht's. Schade, dass es jetzt nicht grad noch doller regnet, denn das würde meine Stimmung eigentlich viel besser symbolisieren. Die Kamera ist so weit weg. Franziskaner, Weißbier, alkoholfrei. Oh, mein Arsch ist übel nass. Ich glaube, es wird wieder döller. Naja. Ui, Leute, das heitert ein bisschen mein Gemüt wieder auf. Franziskaner, alkoholfrei? Das kann man sich genehmigen, wenn man muss. Was haben wir hier drin? Wasser, Weizenmalz, Gerstmalz, Hefe, Hopfenextrakt, Gärungskohlensäure. Und das Ganze steht hier auch noch wahrscheinlich auf Italienisch. Malto di frumento. Oh, das war nass. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie könnt ihr mir diese Bereitschaftswoche versüßen? Das scrollt ihr mal einen kleinen... Alter. Das scrollt ihr mal einen kleinen Tick, außer ihr seid im Vollbild, nach unten. Und dann seht ihr 695 Abonnenten. Wieso ist Regen so kalt? Und dann machen wir die 700 voll. Auf dem Spielplatz vor der Haustür, im Regen. Könnt man meinen, das hat Feines, ne? Mit so einem schönen Alkoholfrei. Schmeckt! Und drin, den letzten Schluck. Das hier kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Also ich kann euch das auch gekühlt ans Herz legen. Ist wirklich nicht verkehrt. Kann ich nur so empfehlen. Und jetzt reicht's. Ich hoffe, das war ein angenehmes Video für euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einsteigen, fürs Zuschauen. Frohes Bergfest an euch noch. Genießt doch das ein oder andere Bierchen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Kinderhatz. Tschüss. Und TSV